Das fände ich schon mal sehr gut. Jetzt können wir auch mal weiße Magie wieder um eins steigern. Äh, unser, äh, Sachen steigern, genau. So, jetzt war hier ja was. Einfacher Zweihänder, nö, nicht unbedingt. Ja, beliebige Magieart brauchen wir auch nicht. Ich bräuchte... Ach, Binnstallbeinlinge, nee, da sind die besser. Hier war doch... Achso, ja, das war ein Helm. Genau, kaiserlicher Gardehelm. Sehr schön. Du kannst nichts besseres als das tragen. Du auch nicht und du sowieso nicht, okay. Ist auf jeden Fall besser als der da. Gut. Nur zu! Äh, jetzt kann ich im Sanktarium... Kann paar Kriegspriester ausbilden. So, ich mach mal fünf Kriegspriester. Ich hab nämlich kein Munze über mir. Das ist leider Tatsache. Ich hab auf jeden Fall Level 14 erreicht. Das ist gut. Das heißt, als nächstes müssen wir hier durchkommen. Und wir haben uns insgesamt fünf Kriegspriester. Sagen wir so, Eisen haben wir noch genug, aber wie gesagt, das braucht so seine Zeit, bis es ankommt. Rot-Silber ist unser kleiner Vorrat aufgebraucht, das hat er an seiner Grenze. Können wir halt nur noch holen, um Dings zu ersetzen, Krieger zu ersetzen, nutzen. Wirklich. Hier bin ich! Zu allem entschlossen! Warten wir, bis die kommen. Und dadurch dieses letzte Ding durchzubrechen, das wird noch was geben. Die beiden werden sich garantiert dann zusammentun und gegen mich wenden, sobald ich ihnen zu nahe komme. Und ja, da scheint was zu sein, aber es ist nicht begehbar. Obwohl, doch, da kann man runter. Gut. Mir nach! Das ist euer letzter Fehler. Das ist euer letzter Fehler. Ach, da ist auch noch ein Knochenkönig da runter. Kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Oh, jetzt können wir auch mit dem kündern. Zur Ehre, Aronius! Und los! Okay. Mir nach! Dies ist schon eine Schwesternzweck! Stärkt! Stärkt, Männer! Wohnenkrieger zu mir! Kommt! Und kostet Männer! Stipe! Stand halten, Männer! Vorsicht, Dinger! Meine Axt wartet schon! Geht so in Gefahr! So, runengravierter Helm! Schlüssel zum geheimen Tal! Ach, das ist da! Das hast du! Panzer, der... Schönes Teil! Kämpferruhne! Naja, stimmt ja! Äh, nein, kann ich immer noch nicht! Schade, Dardro! Und ja, die Hexerruhne kann ich genauso wie die Priesterruhne dann verkaufen! Und ja, Level 16 kann ich die beiden dann reintun! Praktisch! Gucken wir mal, was? Schnell! Ist im geheimen Tal! Oh, schon wieder ein gutes Stück Level ab! Sofort! Wolfsbeschwörer! Oh! Vorwärts! Also ja, das dürfte befreit das Winterteil von den Geistern gewesen sein! An diesem Tor ist ein Schloss angebracht! Garvins Schlüssel ins Loch stecken! Klick! Das Tor öffnet sich! Das ist euer letzter Fehler! Das ist euer letzter Fehler! Die Ahnen rufen uns! Lasst sie nur kommen! Da werft doch die Wölken raus! Das ist eine Falle! Das haben wir bald mehr, den Hacken! Feindlicher Angriff! Kampfbereit! Das ist euer letzter Fehler! Das ist euer letzter Fehler! Was ist deine Falle? Kira? Lasst sie nur kommen! Okay, das ist jetzt so eine Sache. An Kira erinnere ich mich nämlich noch. Meine Axt war jetzt schon! Auf dem Weg! Oh, da ist noch eine Wolfsbeschwörerin, hey! Oh, Pantherbeschwörerin! Gut! Wo ist der Feind? Da ein Verteidiger zu mir! Kommt nur her! So! Noch eine Hexer-Rune! Ja! Mir nach! Ja! Wo ist der Feind? Unverzüglich! Da muss ich jetzt gerade dann echt gucken. Weil wir haben noch keine... Nein, wir haben noch keine Rune aufgesammelt. Knochensplitter. Das aussieht wie ein Schwert. Violett und grüner Bluedelstein. Rotes Juwel. Ach, das erste Bruchstück des Mosaiks war hier. Gut. Dann speichere ich sie lieber sicherheitshalber mal. Bei Kira war, soweit ich weiß, wie Guldtark und Gizlo eine Essenz... Oh, Arelns Zorn und Lichtgeweihter Helm. Wenn ich die Essenz nehme... Okay, sie bleibt im Inventar. Gut, der Bug wurde also scheinbar behoben. Das hat mich beim ersten Mal verwirrt, als ich das gespielt habe. Da ist die Essenz verschwunden, weil es halt einen Bug gab, dass Essenzen instant verschwinden und in den nächsten Ruhnstein gebannt werden. Wenn aber kein Ruhnstein da ist, verschwindet einfach die Essenz und plupp... Gut. Wir haben hier doch ihre Essenz. Zu allem entschlossen! Zu allem entschlossen! So. Und los! Das heißt, wir können... Wenn wir einen Ruhnstein finden... Und ich glaube, ich habe so eine Verwohnung, wo wir einen finden... ...werden könnten... Bereit! Und los! Mir nach! Das ist euer letzter Fehler! Okay, das hat mich jetzt helfen gekostet... Äh... Egal. Mehr davon! Los! Das ist euer letzter Fehler! Das ist deine Falle! Die Ahnen rufen uns! So, dann reißen noch hier die beiden Gebäude ab. So, erledigt. Stehe bereit! Was wünscht die Ruhne? Auf dem Weg! Das mit dem Mosaik machen wir irgendwann später. Ich denke mal, wenn wir Fast Home erledigt haben, oder? Wenn wir Stufe 20 rum erreicht haben, können wir uns mal um das Mosaik kümmern. Geht es los? Wo ist der Feind? Oh, da liegt sogar noch was. Shit, der Nordwache. Oh, das ist ein sehr gutes Schild. Also, ja, muss ich zugeben, dass... Ja, die sind beide recht gut, aber wir benutzen ja keine Schilde. Leider, leider. So, ich will jetzt halt noch zu denen hier zurück und dann speichern. Das trifft sich nämlich ganz gut. Und ja, das ist auch leider etwas schade, dass die Einzige... Dass der Einzige... Also, dass es nur zwei Seenfelsen gibt. Und keinen beim Windholmer Zugang. Äh, Fastholmer Zugang, ja. Aber gut, speichern wir mal. Let's play. Überschreiben. Und dann mache ich jetzt erstmal hier einen Cut. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Tschüss. ABC